Relax, 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 relax. Hallo, mein Privatname ist Andrea Schneider und in dieser Geschwister-Fista-Show bin ich der Fräulein Schneider aus Bulgarien. Christoph Marti spielt Urs此 Pfister. Ich bin Tobias Bonn und spiele den Toni Pfister bei den Geschwistern Pfister seit 31 Jahren. Und unsere neue Show heißt Relax, say Bo. Relax, 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 say Bo. In dieser Show geht es um nichts. Der Titel ist imperativ. Wir sagen eigentlich den Leuten nur, jetzt entspannt euch. Also im Unterschied zu den anderen oder zu manch anderer Geschwister-Pfista-Show, wo es immer eine kühne Behauptung gab, zum Beispiel, dass wir im Weltraum waren oder dass wir unsere eigene Armee gegründet haben, wollten wir diesmal explizit auf eine solche Behauptung verzichten. Und wir wollen nur hier sein und jetzt sein. Weil im Moment kann man den Leuten wirklich nichts Besseres sagen, außer entspannt euch. Weil durchdrehen können wir alle sofort auf Knopfdruck. Also man weiß ja nicht mehr, wo man hingucken soll. Und dann tut es, glaube ich, ganz gut, einen Abendplan uns zuzugucken. Ja, unser geheimnis Rezept ist natürlich, dass wir auf der Bühne sind und die Leute uns bewundern können und dadurch gleichzeitig entspannen. Bewundern, entspannen. Bewundern, entspannen. Ich merke, bei mir regt es schon. Und mit Musik geht es ja immer am besten. Man erreicht die Leute ja direkt. Also das geht ja immer so gleich ganz tief rein und hilft ungeheuer, wenn man die Leute erreichen will. Zum Beispiel mit dieser Botschaft. Mal alle entspannen, mal alle tief durchatmen und wieder vielleicht kurz mal für einen Abend lang merken, warum das Leben lebenswert ist. Und was bei mir auch immer nach wie vor wahnsinnig gut funktioniert und zu entspannen ist, Kiffen. Wir waren zwar immer die, die wir sind, aber das war nicht von Anfang an geil. Als wir noch zu vier, das muss ich kurz, da muss ich jetzt Andrea kurz ausklammern, weil wir die damals ja noch gar nicht kannten. Wir waren alle vier in Berlin engagiert, mehr oder weniger fest engagiert an der damals noch existierenden Freien Volksbühne unter der Intendanz von Hans Neuenfels oder ich am damals noch staatlichen Schauspielbühnen Berlin genannten Schiller Theater unter Heribert Sasse. Und da ging es uns allen nicht gut. Da waren wir nicht glücklich und deswegen haben wir überhaupt beschlossen, dass wir uns nachmittags treffen, um zu singen, damit wir nicht gleich in die Spree gehen vor lauter Frust. Und dann haben wir das dann uns richtig vorgenommen. Wir machen daraus ein Programm und dann waren wir auch schon ziemlich weit und hatten auch schon Kostüme und diese Kunstfiguren. Also ich war dann schon ursächlich. Und dann dachten wir, jetzt müssen wir einfach mal wissen, wie das Berliner Publikum darauf reagiert und haben den kühnen Plan in die Tat umgesetzt und sind zur Gedächtniskirche gefahren, nachmittags um drei, mit der Gitarre zu viert. Und wir hatten ein Lied von den Andrew Sisters drauf. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Auch Joseph Joseph haben wir gesungen. Und niemand blieb stehen, weil man hat uns gar nicht gehört. Wir hatten kein Mikrofon und rechts von uns stand Helga Götze mit ihrem Schild. Ficken ist Ökologie. Und also es war alles. Wir gingen total unter und niemand blieb stehen, bis auf eine entzückende, kleine, alte Frau, die so mit ihren Einkaufstüten eine Berlinerin halt. Und wir waren total aufgeregt. Und dann war so, während wir singen, klar, Fokus auf diese Frau. Das ist jetzt unser Publikum und wir legen unser Herz der zu Füßen. Und dann waren wir fertig und dann kam die zu uns und hat gesagt, geht doch arbeiten, wir alle anderen auch. Ich brauche den Wald und die Bäume. Es ist total kitschig und bescheuert, aber ich brauche Natur. Ja, das stimmt natürlich. Also um den Liedsensee joggen oder sonst einfach mit dem Fahrrad mal durch die Stadt und so. Raus ist immer gut. Ein Buch lesen mal oder so. Nicht so viel digital, muss ich mir dann immer sagen. Ja, das hilft. Um dem Kiffen noch etwas hinbeizufügen. Rückzug. Egal ob in die Natur, die ja auch in Berlin auch reichlich vorhanden ist, oder eben auch in die eigenen vier Wände. Das ist ganz wichtig. Und eigentlich auch mit dem Erfolg und der Beanspruchung, die mit dem Erfolg kommt, immer wichtiger geworden. Also Entspannung, dafür brauche ich vorher immer eine Anspannung. Also nachdem man sich viel bewegt hat, kann man gut entspannen. Und das kann man ja durch Sport oder durch sexuelle Aktivitäten oder solche Sachen. Das bringt Entspannung. Nein, das gibt es nicht. Und wenn es das gäbe, würde ich das ja auch nicht verraten. Und die haben eine Streitkultur, die sich gewaschen hat. Und das braucht es auch, weil sonst hält man es einfach nicht 30 Jahre lang aus miteinander. Aber ich glaube, jeder darf so sein, wie er ist. Und das heißt auch, jeder darf eben auch so daneben sein, wie er dann manchmal ist. Wichtig ist, dass man sich das sagt, dass man auch Dinge einfordert. Und da kann es auch mal krachen. Und dann ist das Wichtigste aber, dass wir uns sofort wieder einkriegen und uns verzeihen. Und das funktioniert. In den Proben liegen die Nerven manchmal extrem blank. Also das ist eine hohe Anspannung und hohe Belastung. Und dann hat man noch eine Erkältung und kann eigentlich gar nicht und muss aber. Und Zeit. Und dann ist Premiere. Und dann kommt noch die Presse und man muss schon was zeigen, was man noch gar nicht fertig geprobt hat. Aber das muss man im Theater aushalten. Man lässt sich immer wahnsinnig auf die Äste raus. Und Proben ist eigentlich ein ganz schrecklicher Zustand, weil man dauernd etwas behauptet, was man noch nicht kann und schon so tut, als könnte man es. Und das ist ja ein bisschen schwer auszuhalten. Das gehört aber zu diesem Beruf. Das ist einfach, da krallt es halt manchmal. Aber das wissen wir alle und das kennen wir voneinander. Und dann geht das vorbei. Zumindest in Bezug auf das, was uns über die Arbeit verbindet, sind wir eine Familie. Das wussten wir nicht damals, als wir uns das ausgesucht haben im Gruppennamen, dass wir uns Geschwister nennen. Aber darauf läuft es eigentlich hinaus. So ist der Umgang. Die sucht man sich nicht aus. Die sind einfach. Die stellt man dann auch nicht mehr in Frage. So ist das. 30 Jahre. Pflegt euch halt, wenn ihr zu uns kommt. Man kann mehrmals kommen, wenn man sich frühzeitig um Karten bemüht hat. Flast. Brush those teeth. Und wir freuen uns über jedes Gesicht, was zumindest im Laufe des Abends, wo die Mundwinkel im Laufe des Abends, doch nach oben gehen. Wir versuchen Ihnen wirklich tatsächlich unser Herzbuff an der Bühne herunterfließen zu lassen und würden uns sehr freuen, wenn da auch was zurückkommt. Also kommen Sie und lieben Sie uns. Es ist total passenoff, was wir da sagen. Aber genau so ist eben dieser Abend. Also das funktioniert dann schon letztlich ein bisschen über das Prinzip. Ideal wäre, wenn die Leute ein bisschen so sein möchten wie die. Das ist total passenoff, was wir da sagen. e Leute, dass sie einfach, kommt pod her, wenn der Scherz, will die Kinder, geht weiter. Musik Untertitelung des ZDF, 2020